Prosit! Was ist los Leute? Mein Name ist Blumio aus Düsseldorf hier, euer Lieblingsjapanese hier im Asia-Viertel und das ist mein Shoutout an meinen Jungen Johnny Barretta. Sein Mixtape kommt raus am 1.4. Es wird heißen Ruhr vor dem Sturm und danach kommt glaube ich der große Tornado oder so, ja? Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, ich werde es mir reinziehen, ihr hoffentlich aus, bestellt euch das, kauft das, was auch immer, wie ihr es rausbringt, die Straße, was ihr halt nicht verdicken macht, auf jeden Fall ein gutes Ding, checkt es aus, ich bin raus, Blumio, Peace! Wäschwäschlafamilien, mein Name ist Nabilem, präsentiert euch das Tab von meinem Bruder Johnny Barretta, Ruhe vor dem Sturm, 1.4. Release Date auf seiner Homepage, johnnyberretta.com, zieht es euch rein, tut Retta, ich bin auch dabei, bis Bescheid! 40! Das ist mein Nigger Johnny Barretta, Ruhe vor dem Sturm, 1. Abruhe, ist nicht zu Spaß in Deutschland, das ist Ropold aus dem Westen, man, tief von dem Herzen, ganz von dem Herzen, ihr habt keine Ahnung, was da draußen losgeht, spätestens zum 1.4., ihr wisst ihr Bescheid, mein Name ist Flype, ich ruhe auf der Seite mein Nigger JP, Johnny Barretta for life! Yo, hier ist DJ Frizzle, hier ist DJ Frizzle, ich hab gerade Ruhe vor dem Sturm, Ruhe vor dem Sturm, das müsst ihr euch geben, ohne Scheiß! Keines, keines der Mixed, ich mag keines! Es ist so, ich mag, ich auch nicht, wirklich, es ist so! Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich sag das jetzt, weil es der Bank ist, sondern es ist wirklich so! Die meisten Mixed sind scheiße und dein Mixed ist gut geworden! Deine Songs davor waren schon gut, es ist so! Let's keep it away! Ruhe vor dem Sturm! Ruhe vor dem Sturm! BAH!